ich habe einen neuen prospekt für euch heute ist es der groschenmarkt verkauf der kategorie 1 hier oben da werde ich jetzt nicht so wirklich darauf eingehen nur ganz minimal ab dem 14 dezember 2020 dann haben wir hier unten die ersten drei klasse 1 artikel natürlich klar 29 12 und hier noch mal ein paar andere artikel fangen wir mal an hier haben ein paar ja ein bisschen schminken wie heißt das jetzt verkleidungszeug ein paar glimmer lichter nenne ich die immer oder knick lichter wie sie heißen bleigießen gehört traditionell einfach dazu hier zwei cut 1 dinge würde ich gleich sagen lass die finger weg ist einfach zu teuer die sind einfach vollgeklatscht mit knall absen gleiches geht für hier kommen auch 160 teile einfach weg schon haben wir bengal feuer brenndauer ist mir nicht bekannt ist wird hier auch nichts angegeben für zwei euro kann man bestimmt sich mal mitnehmen dann haben wir hier von nico die römischen lichter zehn stück mit 20 schuss für zwei euro kann man nichts falsch machen ist halt ja ganz normales standard röli dann aber hier die erste absolute kaufempfehlung rota kursa 599 habe ich bis jetzt nirgends günstiger gesehen oder irgendwie ansatzweise zu dem preis röder feuerwerk pyroland und diese alle heißen über sieben euro das teil auf jeden fall einpacken so viel ihr wollt nehmt alles mit am besten dann haben wir hier china böller retro collection 1960 32 traditionell papiergewickelte china böller im stil der 60er mit a und d böllern okay ja muss man jetzt selber wissen ob man das mitnimmt ich persönlich würde es mir einfach mal aus ja retro gründen einfach mal mitnehmen ob die so gut sind hier die warrior mit 48 schuss komet halt drei final salven hat das ding ja hier man hat schon knallsterne knister effekt ich würde mir das ding nicht holen über ein paar weniger bezahlen mir die black ice mitnehmen da habe ich jedenfalls überall zerleger drin absolut geile fächer batterie habe ich mir voll und sage ich ganz ehrlich cool message eher weniger cool viele feuertöpfe zwar in salven kaum zerleger nur zwischendrin mal ein und andere effekt mit zerlegung aber für 24 euro auf gar keinen fall lasst liegen das ding das ist ja auch dann haben wir hier die cluster bin ich da schon eingegangen ich glaube nicht ja 70 schuss effekte ganz cool aber definitiv zu teuer da muss was beim preis gemacht werden das ist zu viel dann die double delta b 49 sieben fächerschüss anzahlen also alle sieben zünden einer reihe komplett gleichzeitig durch ganz gutes ding effekte finde ich auch cool ja den preis finde ich nicht ganz so cool muss ich ganz ehrlich sagen ja geht da mal ein paar euro runter rasante 99 schuss batterie wie heißt die caldera leuchtkometen schweifstern silber bouquets ja für 29 99 lasst liegen ich muss sagen ich habe das ding vorher nicht angeguckt aber wenn ich die beschreibung schon lese dann reicht das auch schon wieder die air force die kenne ich die hatte ich selber auch schon dann hier kaufe empfehlung auf jeden fall cubis 15 stück für 6 euro dann ja happy sky vielleicht gehe mal davon aus sie kostet auch 5 99 weiß ich nicht ja kann man liegen lassen 100 schuss 5 99 da brauchen wir nicht viel erwarten ich habe mir das auch nicht angeguckt das ding hier ganz aus einfach aus dem grund dass es komet und es ist einfach ein verbund und interessiert mich nicht moon waker liegen lassen peter der große seifen batterie ja würde ich mir persönlich mitnehmen wenn ich den laden hätte dann haben wir hier in 8 verschiedenen ausführungen erhältlich okay die super batterie mit 10 schuss extrem 400 schuss gröle ist halt 97 zu teuer sky hero 54 schuss bis zu 500 gramm ja ja bis zu 500 gramm aber auf kaliber 15 da braucht er nicht viel erwarten lasst liegen hier ist dann die geisse spinning dahlia 13 schuss batze 10 euro beat hammer kenne ich persönlich gar nicht gleiche gilt für das teil hier die mega master 11 euro 200 gramm 25 schuss ist pyromult glaube ich so wie das hier oben aussieht ja der klopper 50 schuss ja ist ein schönes ding habe ich mir vorhin sogar erst angeguckt ist gut die twin power 18 schuss 29 millimeter 500 gramm dann haben wir hier die wahnsinn 36 schuss mega fett metamorph denke ich jetzt mal dass das so ausgesprochen wird ja und überall ist auch die kleine anmerkung nicht in allen vier jahren erhältlich deswegen seid nicht enttäuscht wenn es das bei euch nicht gibt aber es ist jetzt auch nicht so der markt oder der laden wo man jetzt sagen müsste oh ja auf jeden fall dahin außer halt für meiner meinung nach sind es wirklich die roten kursar oder die china beller retro collection ja dann war es auch schon wieder für den prospekt hofft mal alle dass morgen am 25 11 2020 wenn du das video noch heute siehst kein feuerwerksverbot in kraft tritt und wir ganz gewohnt am 29 12 die läden stürmen können genau dann auf jeden fall danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video so 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 so